Musik Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battle on a Walker Assault Front Wie ihr schon gehört habt, spielen wir heute Walker Assault auf Hoth Im imperialen Sektor sozusagen Ja, heute kommt dieses Video online Ja, und daran merkt ihr schon, wann ich es kommentiert habe Und ich denke mal an der Aufnahme wird stehen, wann es hochgekommen ist Ja, und heute berichte ich aus meiner Kommentatorenbutze Wie immer, die eigentlich gar keine Butze ist Sondern einfach nur ein ganz normales Zimmer Mit meinem Headset und der ATS-T Ja, sehr schön Das fängt eigentlich schon mal gut an Wobei das nicht immer heißt, dass man Kills holt Also wenn jetzt ein X-Wing da kommt, dann kann der einen auch ganz schnell den Garaus machen Aber wir beschädigen den X-Wing auch gut Definitiv So, jetzt rücken wir vor Dass der X-Wing uns nicht mehr so leicht sieht Erstmal Granaten abfeuern Sinn Null Also ich finde, ein Art Oh, Heldenobjekt, was ist da los? Wir sind in der Unterzahl Was ist da los? Aber wir haben jetzt zumindest schon mal den ein oder anderen Kill geholt Komm Er hat keine Chance Ja, ich bin immer noch etwas erkältet Aber Dennoch Mache ich mir hier die Mühe Oh, wir kriegen hier mächtig Äh Komm, tschüss Sehr schön Kills kommen und gehen Und mache ich mich hier und Leider immer noch eine nachkommentierte Ich bin jetzt hier fleißig am nachkommentieren Damit die Folgen dann auch so schnell wie möglich auch online sind Na klar Damit Dann auch mal wieder live kommentierte Folgen kommen Es sind noch die Folge 23, 24 und 25 sind noch Oh, Lucky Punch Ey Och komm, das war doch jetzt echt lächerlich Er hat sich einfach nur geopfert Oder er kann nicht fliegen Hat dabei noch Glück gehabt Wir werden nicht geholt Wir werden noch nicht geholt Wir werden intelligente Was? Die intelligenten? Bei, wie so ein Gras Den kennen wir doch Den kennen wir doch Ja, man trifft irgendwie hier immer auf die gleichen Spielen das nur so wenig, Leute? Oder ist die Xbox-Community so klein? Ich weiß es nicht Ich habe hier gerade auch Star Wars Battlefront am Laufen Ich zocke natürlich nicht gleich noch und kommentiere jetzt hierzu Das wäre echt sinnlos Ja, das versuchen wir Weil man ihn sich auch so leicht holen kann Die EE3 Eine optimale Waffe Für Walkers Holt meiner Meinung nach Nehme ich da dort viel lieber Ja, sehr schön Killer Ripper Ah, das sieht Ah, da scheint was drauf zu haben Aber ich gucke mal, wo er ist Ist er da? Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Uh Ecomotion X Der sagt mir auch noch was von den vorherigen Folgen Wenn ich mich jetzt nicht Unser Partner ist mal wieder down Ach du Scheiße Platz 6 Jetzt weiß ich nicht Inwiefern der mir jetzt was bringt Ob er mir jetzt Kills bringt Ja, ja Komm Ich brauche jetzt ein paar Kills Wir müssen sie abschalten Wie zoont der? Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufer aufs Kahn Okay, einmal Orbital ist Bringt mir hoffentlich was Ja, sehr schön Ecomotion X Ein Kill Immerhin Ach komm Die Schilder des Kampfläufers sind ausgefallen Naja Ein Kill bis jetzt Also das geht doch schon besser Rück zu ihren Ablinksstationen vor Okay, direkt nochmal angeordnet Ja, sehr schön Eingeholt Aber Naja Das geht doch Doch deutlich besser Muss ich dazu sagen Ein Heldenobjekt wäre bei Walker's Hold Auch mal ganz nett Nebenbei so Erstmal trampelt er mich über Aber auch nur so nebenbei Heute mal wieder Aufnahme in Stereo Letztes Mal habe ich die Kommentaraufnahme Aufgrund technischer Probleme In Mono gemacht Heute wieder in Stereo In Stereo Und Schokolade Sozusagen In den nach In den live Kommentierten Also ich werde jetzt auch demnächst Heute Nach Möglichkeit aufnehmen Noch Beta Von Star Wars Nein von Plans vs. Zombies Gran Muffet 2 Wo ich mir erhoffe Und noch nichts richtiges von dem Spiel sagen kann Aber ich glaube Die Beta Und man sieht ja hier auch im Star Wars Battlefront Spiel Ich muss sagen Die Beta hat mir auch gar nicht mal so extrem gefallen Ähm Aber Die Vollversion gefällt mir doch schon sehr extrem Star Wars Battlefront Ist schon ein krasses Game Ganz klar Habe ja auch schon Mächtig was aufgenommen Von dem Spiel Das kann man gar nicht anders sagen Vielleicht werde ich Also Heldenjagd Das habe ich jetzt Auch noch aufgenommen Das Ich weiß nicht Ob das in der nächsten Oder übernächsten Folge kommt Das ist Ich hasse diesen Modus Übertrieben Ich kann mit dem Modus echt null anfangen Weil alle rennen nur einem hinterher Und dann hat einer den Lucky Punch Und ja Oh ich kriege gerade eine sinnlose Meldung Aber äh Nichtsdestotrotz läuft die Aufnahme weiter Und ich kann Hier Ja das Hoffe ich tatsächlich sogar Komm Och komm Warte Ist natürlich jetzt riskant Was ich hier mache Weggeholt Sehr schön So los Ghost Walker Assault Walker Assault Ah das kann Ja Die A280C Ist natürlich schon Eine effiziente Waffe Muss man schon Einfach so Muss ich schon zugeben Ja und heute Jetzt kommen wir natürlich auch Zum Thema Der Episode Und zwar Ist heute Das Thema Äh Zu den Star Wars Teilen Soll ja nach Star Wars 7 Nicht Star Wars 8 Sondern Star Wars Rogue kommen Zwischen 3 und 4 Ich weiß nicht ob das jetzt so ist Ich nehme mal an Ja Manche munkeln auch Es sei schon bestätigt Alles mögliche Ich lasse das einfach mal An der Stelle offen Und äh Deswegen die Frage der Episode Was glaubt ihr Kommt Star Wars Row Und Wenn ja Würdet ihr es gut finden Würdet ihr es euch ansehen Das soll ja dann angeblich Zwischen Episode 3 und 4 spielen Und dann die nächste Frage Oder findet Würdet ihr es blöd finden Würdet ihr es dann Trotzdem ansehen Äh Also ich muss sagen Wenn es zwischen Episode 3 und 4 wäre Kann ich es mir nicht vorstellen Dass Äh Oh wieder genascht Von Ecomotion Ich kann es mir nicht vorstellen Dass Das so An die Sachen rankommt Weil Äh Die Schauspieler fehlen Klar Harrison Ford Fehlt Oh A T S T ist noch da Ähm Harrison Ford Fehlt Ähm Gefällt gerade der Schauspieler von Anakin Episode 3 nicht ein Na gut Ist letztendlich auch egal Äh Obi-Wan Fehlt Ähm Ganz klar Darth Vader Muss natürlich vorkommen Aber Äh Wie sie das Machen wollen Der Imperator Der ist Muss natürlich auch da sein Ich mein Das kennt man ja Schon so ein bisschen Hab ich so im Ansatz gehört Von Äh Äh Dark Lord Die Serie ist eigentlich auch ganz gut Kann man gar nicht anders sagen Ähm Das werden wir nicht zulassen Also Um diese Tür zu schießen Ist eigentlich auch ziemlich Lächerlich Nächster Ablinks Jetzt gleich Ihr wisst was ihr zu tun Habt Ah gut Okay Also ich muss sagen Ich kann hier gerade mit dem ATS-T nix anfangen So Ist noch ein anderer Der steht da einfach direkt davor Cheat jetzt Geht er auch So krass finde ich die ATS-T Ist auch nicht Muss ich ganz ehrlich sagen Aber das ist eben ATS-T Folge Die ATS-T Folge So werde ich es nennen Kommt jetzt mal kurz Wir werden hier Wir werden hier genascht Wo es geht Wo es geht Werden wir hier getascht Ah ich bin müde Er ist ja auch bereits schon 5 Uhr morgens Und ich nehme hier vor euch auf Am Sonntag Und es ist nicht 5 Uhr morgens Aber es ist Sonntag Und ich nehme nicht auf Doch Ich nehme natürlich auf Wie ihr vielleicht mitbekommen habt Vielleicht auch nicht Ich werde auch nochmal so ein bisschen In der nächsten Episode über Sift Trooper Ach komm Über Darüber sprechen Dass Warum ich die Videos rein stelle Ob es irgendwann zu einer Monetarisierung kommt Ob ich Was ich bringe Nein das nicht Sondern nur warum ich es bringe Irgendwie habe ich jetzt keine Lust In die Episode zu warten Deswegen Hau ich es jetzt einfach schon mal raus Also ich bringe diese Videos ganz klar Nur aus Spaß Weil Ich Ja ich bringe sie Ich bringe sie aus Spaß Ich achte nebenbei so halb auf die Aufzahlen Also natürlich sind sie Äh Noch lange nicht so hoch Dass man sie eigentlich In Statistik packen kann Oder ähnliches Äh Aber Ähm Ich schaue schon mal Und auch Ich schaue Ab und zu auch schon mal Auf Social Blade vorbei Wobei Also ich habe natürlich Meine Videos nicht Monetarisiert Ähm Und weiß ehrlich gesagt nicht Ob ich das überhaupt Lizenzrechtlich machen darf Ich nehme ja an Ja Aber Ja wir holen jetzt hier mit der TF9 Schon was weg raus Oh Mann Na gut 20 Kills Es ist ja irgendwie verwirrend Ich glaube noch In Ich glaube Folge 5 Top Runde oder so Äh Wo Mein Freund dann nicht Ja eins geworden ist Mit 20 Kills Es verwirrt mich noch immer Aber Das ist mir jetzt auch Och Komm Och Komm Och Komm Das ist doch so langsam Lächelt So Diese nachkommentierten Folgen Sind eigentlich auch nur dadurch Entstanden Dass ich Äh Ich habe Die über Äh Die Weihnachtsferien Aufgenommen Und weil ich Meine Stimme so sehr Im Arsch war Habe ich die halt nur Aufgenommen In der Hoffnung Dachte ich sie dann irgendwann Wie jetzt Nachkommentieren Und genau das mache ich Gerade Ein bisschen nervig Ist das Gebe ich ganz klar zu Aber Ich werde das jetzt auch Durchziehen Also mein Ziel Äh Von Battlefront her Ist Der Anzahl der Also Viele Themen Gibt heute in der Episode Also Also ich werde es vielleicht Themen Themen nennen Oder sowas sinnloses Die Folge Ähm Ja also Battlefront Wird noch Wird erstmal Mal noch kommen Erstmal Ich würde mal sagen Also Bis vor Ich strebe mal Folge 50 an Sag ich mal So Das äh Muss ich dann aber mal schauen Also ich könnte mir Schon vorstellen Dass es bis Folge 50 geht Ich bin ja jetzt Habe bis Folge 26 Äh Voraufgenommen Woll aber heute noch Aufnehmen Muss halt mal gucken Wie es läuft Eventuell Werde ich Heute dann auch schon Bis Folge Äh was weiß ich 35 aufnehmen Dann sind es ja nur noch 15 Folgen Bis 50 Da muss ich mal gucken Inwiefern mir das Spiel Dann auch irgendwann Noch Spaß macht Und dann äh Wird eventuell Plans vs. Zombies Noch kommen Da werde ich heute noch Äh auch noch was aufnehmen Um Das ganze für ein Also Für ein Review Vorzubereiten Also Möchte ich da Ein Review Zu den Spielen machen Wie immer Wie ihr das schon kennt Hoffentlich Da sind ja schon Meine älteren Videos Und wir haben gewonnen Und ja damit Geht die Themenrunde Direkt zu Ende Und Deswegen sag ich Freut euch Hoffentlich Auf meine nächsten Projekte Und ich sage Bis dann Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Abonnement Wär krass Bis dann Leute Positive Daumen Wär auch krass Bis dann Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Oh der hat abgeräumt Bis dann Leute Tschau